Musik Es war einmal eine Geiß, die hatte eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ja sogar sieben Geißlein. Und ihr könnt euch sicher denken, wenn eure Muttis mit zwei oder drei Kindern schon Mühe genug haben, euch beieinander zu halten und zu achten, dass euch nichts geschieht, welch große Sorge unsere Mutter Geiß hatte, ihre sieben munteren Zicklein zu behüten. Besonders besorgt war sie immer, wenn sie in den Wald ging, um für die kleinen Futter zu holen. Da diese aber recht gefräßig waren, wie ihr alle, wenn ihr groß werdet und die Arme, die Beine und nicht zuletzt auch der Geist wachsen sollen, so möchte sie fast jeden Tag in den Wald gehen. Musik Musik